Jo! Mir fehlen zwei Herzen. Alles klar. Achso, hallo und herzlich willkommen, meine ich. Ja, Enderman immer noch, ne? Ja, ciao Bruce! Das ist natürlich echt phänomenal, wie lange wir hier nach Endermännern suchen und ihr merkt schon, so ein bisschen zieht sich die Laune nicht, aber der Atem wird kürzer. Der Eier. Enderman! Ja, ja, aber das war jetzt in deinem Kopf ab, oder? Das war echt in deinem Kopf, das ist klar, weil ich hab das nicht verstanden. Aber ich hab meine Motivation immer noch am Start, ne? Die Ratte hat nix fallen gelassen, trotz Looting-Schwert. Alter, Kack-Spaß. Aber wir werden diese Folge noch loslaufen und die letztendliche Festung suchen, ja? Das epische Ender-Portal. Ja. Alles klar, machen wir. Ich hab die Augen auch dabei. Jungs, in die Richtung, in die ich jetzt gerade laufe, wo wir vorher noch nie waren, wo man angeblich mit dem Boot fahren muss, muss man nämlich nicht mit dem Boot fahren. Die ist einfach nur krank bergig. Okay. Wir sind auf jeden Fall, also es besteht gerade so aus Sand und Gravel, die ganzen Berge. Mhm. Okay. Stehen ziemlich viele Schweine drauf. Mhm. Mhm. Ja. 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 Und dahinter ein bisschen Schneebium, Tannenbäume. Ich laufe einfach mal weiter. Mal gucken, ob hier... Jo. Kein Enderman mehr gefunden. Ich dachte, ich hätte ein Dorf gefunden. Aber nein. Weiter nicht. Ein paar nice fliegende Inseln. Wir können auch Enderperlen tauschen, oder? Was? Nochmal? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Aber das könnten wir mal tryen eigentlich. Ja, also das Dorf, das war aber nur ein Haus. Ein Typ. Echt jetzt? Das Dorf war ein Haus mit einem Typ. Ich will jetzt nicht einfach. Aber vielleicht finden wir noch ein Dorf, wenn wir nachher das Portal suchen. Weißt du? Ja. Ich glaube nicht. Also in der Richtung hieß es nur Berge und Gravelfelder. Enderman. Warum sagst du das immer so schnell? Der haut ab, Mann. Was ist los? Ja, guck ihn an. Macht die Aufregung, Max. Was mach ich? Was mach ich? Das macht die Aufregung, Max. Was mach ich? Ach, ja. Der hat wieder nichts fallen gelassen. Ey, was ist los, ey? Also, das ist schon ein bisschen scheiße. Das ist kacke. Alter, heftig. Komm mal drauf zu schießen. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie scheiße das ist? Danke. Aber wir könnten doch einfach mal, obwohl ich weiß aber nicht, ob das geht. Also, ich hab mal gehört, dass man mit Dorfbewohnern auch handeln kann. Ja. Ey, das wäre richtig nice. Das wäre geil. Wenn man mit Emeralds handeln kann. Das wäre nice. Alter, Jungs, hier ist eigentlich voll die Sweet Awesome Island Insel. Ey, Max, lass uns losgehen, komm mal. Hä? Was? Lass uns losgehen. Wohin denn? Ihr sucht jetzt? Wir suchen jetzt die Scheiße. Ja, komm, kackt auf die Perlen jetzt. Sucht, sucht. Und vielleicht sind da ja einige noch da. Da kann man doch auch noch Kisten finden. Ja, komm. Da könnten doch auch welche drin sein, oder? Ja, klar. Ja, dann komm mal. Aber meistens ist immer schon ein oder zwei von den Augen drin, ne? In der Veränderung. Das stimmt. Das auch noch. Ja, Christian, komm mal runter. Hol dir noch ein paar Heiltränke ab. Ich bin da. Ich bin grad mal ein bisschen weiter weg. Nice, Alter. Ich nehm noch drei mit. Ne, ich bin nehm drei insgesamt Mütze. Okay, komm. Ich bin grad echt weit weg von zu Hause. Einfach mal so. Ist okay, oder? Kommst, Max? Ja, ist okay. Suche einfach mal. Vielleicht finde ich ja ein Dorf. Warte, brauche ich sonst noch irgendwas? Nö. Warte, ich klebe mal das Zeug wieder zurück. Perfekt, okay. Alles klar. Hast du ein Bett dabei? Ne, aber können wir noch machen. Soll es so safe. Ich hab eins dabei. Ich nicht. Wo sind denn die? Gestern. Gestern? Haben wir noch irgendwo Wolle? Vormorgen. Wann ist denn vorgestern gewesen? Jaja. Krass. Ende. Ey, warte mal. Haben wir überhaupt schon Enderperlen verzaubert als Auge? Ja, ich hab dich schon verzaubert. Ah, okay. Perfekt. Dann hatte Bray. Warte. Bray. Huiiii. Alter, wir sind so viele Schweine. Huiiii. Ich fisch nicht die Hacke, ich fisch nicht die Hacke. Huiiii. Oh, Alter, da war knapp du ihr. Das war ja mal da. Da war ja mal da mal ein Kamala. Jetzt komm, geh. Geh jetzt. Alter. Essen brauchen wir nicht mehr, ne? Alles klar. Tschüss. Warte, ich werf die erste. Wo bist du denn? Epischer Moment. Kommt genau jetzt. Und... Kasala. Hä? Da dann. Na. Perfekt. Komm, Falle. Geil. Wer sie sich weggesnackt hat, ey. Ich hätt ja auf Scheiß... Auf Scheiß. Ich hätt ja auf Fallschaden geschissen. Haben wir die Koordinaten jetzt haben wir sie. Ja. Bestimmt. Was ist das? Hast du sie? Ich hab grad einmal F3 gedrückt. Loil, Enderman. Sonst haben wir sie in der Aufnahme. Echt? Mach du, mach du, mach du. Steht der hier einfach am Tag? Loil. Jetzt ist er weg, hm? Was machen wir jetzt? Hä? Was ne Ratte? Ja lauf mal weiter. Übern Berg. Der ist in diese Richtung. Ja, der hat sich in diese Richtung geportet. Ja und? Bin doch egal. Der kriegen wir bei Tag eh nicht. Ach Leute. Wenn wir jetzt in die eine Richtung wollen. Da ist tatsächlich... Da sind viele... Also erst kommen ziemlich viele Berge. Dann kommt ein paar Insel und unendlich lang Wasser. Ich bin grad ziemlich viel gepaddelt. Immer noch nix in Sicht. Ja ne. Wir müssen da glaube ich nicht lang gehen. Weil wir... Das lohnt sich nicht. Die Festung ist in der Richtung, wo wir auch letztes Mal dann die Melonen gefunden haben. Ah ja, okay. Wow. Ja, ist echt wow hier gerade. Ja, werf mal hier oben gleich nochmal eine. Ja. Alter, ich kann die auch werfen wenn du willst. Warte, wir müssen aber auch... Lass uns auf die Bäume stellen. Oder da unten auf die Niese vielleicht. Und sehen wenn ich wo die hinfliegt. Ja, okay komm. Wow. Guck mal ich geh gleich einfach noch ein bisschen um Pfeile, weil... Ja Pfeile und Tränke sind sowas kann man nicht genug haben ne. Danke Christoph fürs zuhören. Ja. Ich hab meine Insel gebaut. Nein. Wow. Okay. Äh ja. Gut dann werf ich nochmal. Warte. Ja komm hierher. Wo bist du? Ach da. Rev. Wirf. Mein Parawan. Jetzt warte mal. Ich hab zu viel Gewitter. Ah. Nein. Das freut doch gar nicht. Alter. So. Wo? Da dann. Ah noch weiter da dann. Okay. Nein. Sie ist ja platzt. Sie ist ja platzt. Schade. Egal aber wir wissen jetzt grob die Richtung passt. Ja. Warte ich muss essen. Äh. Haben wir nie gesehen die Sprache. Keine Ahnung. Egal. Sonst rennt doch erstmal. Rennt erstmal ein Stück bis ihr die nächste werft. Ja. Ja komm wir rennen wir jetzt mal ein Stück. Bis wir die nächste werfen. Bis wir die nächste werfen. Witziger Watzwatzwo. Ja genau. So. Ach Max. Du bist schon klasse. Ein braunes Schaf. AfD Anhänger. Weg damit. Tschüss. Auch nicht schlecht Christoph. Auch nicht schlecht. Danke. Als ob man jetzt Witze bewertet. So. Überschlecht. Ja doch. Also wir bewerten die instant. Von 0 bis 10. Wenn jemand einen Witz reißt wird er instant bewertet. Ab jetzt bitte. Okay. Ey das wär echt geil. Okay. Ein Ball rollt um die Ecke und kippt um. Null. Null. Den kannte man voll. Ja ich weiß. Ich wollte nochmal testen. Euer Rating. Haha. Zehn. Jetzt müsst ihr Weinbits bewerten. Weil das war eigentlich nichts was ich gemacht hab. Drei. Wow hey. Ihr habt bei den gelacht. Was soll der denn? Ich erzähl einen den ihr schon kanntet. Aber der ist trotzdem gut. Okay. Egal wie lauter Wache ist. Heiner hört lauter Wache. Ja fünf. Gib vier. Ist okay. Alles klar. Danke. Ja wie ist das eigentlich jetzt mit den. Mit den. Max. Dorfbewohnern. Bringt das Karma wo man sich dann real life was kaufen kann oder wie. Wie ist das mit den. Wertungspunkten. Genau. Ich glaub bei den Dorfbewohnern kann man handeln mittlerweile. Mit Karma oder? Emirates. Lass mal da hinten auf die Wiese. Minus eins alter. Minus eins. Ey ich wollte Gesamtpunkte für das ganze Team gerade machen. Alter du springst über die Räume. Das ist dir bewusst ne was du. Ja klar. Ah. Äh. Ja. Weißt du ich werde fast in die Schlucht neben mir rein gefangen. Malalalalalala. Ist klar. Alter du hast eine Schlucht. Wo ist eine Schlucht? Wo bist du jetzt? Alter hier ist echt eine Schlucht. Ja ich bin hier. Wo? Ja an der Wiese. Tim. Tim? Tim und Struppi. Ne Tim Wiese. Was? Oh lol. Ja wirf. Wo ist das Rating? Los. Für den Wiese synonym Tim. Achso ich muss eher 3. Eher 3. 2. Ey Pferde. Ja wirf jetzt. 5. Okay. Ähm. Ich baue da mal Gravel ab. Ey da hättest du sogar ein kleines Pferd. Boah. Die haben es gemacht. Komm lass uns mal kurz abschlachten bevor wir die Pferde... Voll witzig. Haben die Pferde sich... Haben die Pferde sich gegenseitig besahmt? Ja. Der eine macht das gerade. Hat das andere echt befruchtet? Ey das war ein kleines. Ey du musst mal an so ein Pferd hingehen und mit rechts liegt am Bauch kraulen. Dann geht es so hoch. Wie weiß man. Geht es auch an rechts? Das ist halt wenn du nichts in der Hand hältst dann kannst du dich da drauf sitzen. Ja willst du jetzt mal werfen oder willst du es lassen? Nein ist mal ne Frage an die weiblichen Zuschauer. Habt ihr schon mal ein Pferd mit rechts klick am Bauch gekrault oder was? Lol. Wir müssen zurück. Hä aber bedeutet Platz nicht dass wir in der Nähe sind? Ne. Die muss im Boden gehen wenn wir in der Nähe sind. Es geht immer noch in die gleiche Richtung? Ne. Sonst gehen wir grad irgendwie anders. Hier oder? Irgendwo hier. Die muss irgendwie hier dann bald sein. Hä war nicht letztes Mal? Moment mal ganz kurz. Fun Fact. Weil wir vorhin sind wir in diese Richtung quasi gerannt. Ja aber letztes Mal war die doch auch unter dem Birkenwald oder nicht? Ja. Beim Battle war das ungefähr so auf der Wiese. Wollen wir hier? Ja genau hier drin nochmal eine werfen. Na komm. Guckst du wohin? Äh ja warte ich stell mich mal kurz hier so dass ich alles sehe. Wow unterm Baum. Ja komm weiter hier hin. So. Okay. Wo bist du? Ja ich sehs. Also zwei sind schon geplatzt oder was? Ja. Habs halt echt nicht gesehen wo die alle. Dann rennt halt erstmal ein bisschen ein Stück. Wenn ihr dann noch zurück nutzt ist ja egal. Es ist jetzt irgendwie dann die Richtung ja ne? Ja hier lang. Okay. Es kann eigentlich nicht mehr weit sein Henning. So theoretisch. Vom logischen Denkst du eigentlich nicht. Man sieht ja im Ober... Also oben ist mir ja gar nichts ne? Eigentlich soll wir hier jetzt schon mal wieder eine werfen. Oder wollen wir mal runter bauen einfach? Ne das ist zu krass Yolo. Ich will hier jetzt nicht so viel Zeit verschieben. Scheiße man ich bin ja egal. Ja was? Hier leckt's grad voll bei mir. Echt? Ja. Alles klar jetzt nicht mehr. So ich werf nochmal eine Max. Okay. Refresh echo wenn du guckst. Ja. Warte ganz kurz nochmal. Ich hab mir jetzt eine Schaufel gebaut um die Crafting Table zu machen. Refresh echo wenn du guckst. Alter ey. Ja aber der war schon 8 oder? Ein richtiger Buschino Spruch. 8 9 oder würde ich sagen. Also los. Okay ich werf was. Ja. In den Baum ist die geflogen. Kann man die da rausholen? Die ist geplatzt. Nein. Oh ne. Oder? Doch ist sie. Alter warum leckt's bei mir manchmal so krass ey. Oder wollte die gerade nach unten? Ne die ist tatsächlich. Das soll vielleicht musst du Java aktualisieren oder so. Das kann sein. Da hab ich ja ewig nicht mehr gemacht. Ich hab das noch nie gemacht so eigentlich. Ja scheiße. Wir haben nur noch 3 hier. Ja. Immer noch in diese Richtung. Hey aber ich würd mich einfach mal hier runter oder? Ja aber das macht keinen Sinn ne? Ne. Das kann ja immer noch voll weit sein. Aber eigentlich. Nervig ey. Muss aber nichts sonst baut euch mal eben runter. Ist ja nicht so krass. Was? Ja lass hier nochmal oder? Das ist zu früh. Mal eben ne Wendeltreppe runter bauen. Geht doch klar. Ja eigentlich schon. Ja aber was macht das fürn Sinn? Ja vielleicht ist sie ja da in der Nähe. Ja das kann auch noch 1000 Blöcke in die Richtung. Ja dann ist das so. Ja wir können sie ja nicht alle 500 Meter machen. Wie viele Kerlen habt ihr denn hier noch? Drei. Drei. Ja dann findet die erstmal und dann. Boah. Easy. Machen wir. Danke Henning. Ohne dich also. Ja dann macht halt neue Kerlen. Ja soll ich hier nochmal einen werfen? Ja hier vier auf der Wiese vielleicht. Ich guck mal von unten wo die hinfliegt. Guck wieder zurück. Wir bauen uns da jetzt irgendwo runter. Nicht kaputt gehen wir weg. Oh nice. Ist ja nicht. Gut dann lass mal ein bisschen rennen. Ja und dann irgendwie runter bauen. Ich hab ne Schaufel extra gemacht. Hätte Aktion. Ja. Dann lass mal hier am Wasser hier einfach in der Höhle gehen wir runter. Wir brauchen hier dann nämlich keine Schaufel. Tschüss. Ich mach ne Wendeltreppe. Ich hab sogar Efficiency Hacke. Boah das kann jetzt halt auch sein dass wir hier quasi schon richtig runter gehen aber trotzdem Pech haben. Ne? Ich mach fackeln. Ja ok. Ok mach. Ey Jungs ich bin echt fleißig was das scheiß Gravel Farmen angeht ne. Äh Flint Farmen wir werden gleich richtig viele Farmen. Ja aber musst du nicht machen. Also nicht mehr so arg. Du kannst doch wenn du willst die Tränke voll fertig braun oder irgendwas anderes machen was noch Sinn macht. Aber ja. Ja gut dann geh ich gleich mal zurück weil wir ungefähr dann jeder bestimmt über drei Sex Pfeiler haben werden. Ja ich wollt grade sagen weil warum. Und das reicht. Wollen wir hier runter gehen oder? Drei sind schon ganz gut ne. Ja ich guck hier grad halt ein bisschen rum weil vielleicht. Ja Chris guck mal ich geh jetzt über runter. Wollen wir nicht hier runter gehen? Ja komm. Sonne geht übrigens auch unter ne. Ja. Pech. Soll ich nochmal eben ne Runde zusammen schlafen oder soll ich hier Endermänner klatschen? Ich versuch auf jeden Fall Enderman zu klatschen. Weil wir können jetzt grad eh nicht schlafen. Nein also nicht wirklich. Die gehts halt immer weiter runter das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne das ist eigentlich echt nicht schlecht Alter sinnvoll. Freepa da oben? Ja. Wäre halt nice wenn wir die jetzt so finden würden. Wow. Hochgegangen. Ja gut egal. Ja das wäre nice wenn wir die jetzt so finden würden. Ne hier gehts nicht mehr weiter. Ja bauen wir die Treppe voll weiter oder? Ja aber mach das alter. Die finden ist eigentlich gar nicht so einfach ne. Ja aber das Ding ist ja die ist ja nicht klein also das ist halt ja auch eine Bibliothek und die ist ja nicht so klein. Ja Sichi aber. Sichi? Alles klar. Sichi oder? Ja Sichi. Ja komm lass die Treppe weiter bauen. Die gehts halt auch nochmal hart runter. Ok du guckst. Ich baue die Treppe weiter. Wow. Danke. Ich guck hier auch grad nochmal. Die sind jetzt irgendwie nicht mehr in der Kiste hin Chris. Hast du wahrscheinlich dabei. Ich hab die nicht. Ah ne sorry ich hab in die falsche geguckt. Ah hier gehts hart runter. Wo denn? Ich hab's gefunden. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Ich seh doch. Ja weiß ich nicht. Hast du dich die Treppe runter gebaut? Ne ich bin nun quasi wieder zurück gegangen. So war da jetzt nicht vergessen wo ich bin. Ah ich seh dich. Ok ich bleib mal hier stehen. Ja. Danke. Du hast die gefunden echt? Ja. Ich baue hier kurz ne Treppe runter. Ja fett. Nice. Okay gut dann haben wir das irgendwann auch schon mal. Dann wissen wir jetzt auch gleich wie viele Augen werden sie jetzt noch brauchen. Genau. Dann durchsuchen wir diese ganze Scheiß Dingens da unten. Und ähm. Ja irgendwas schießt hier oder? Ne. Hört sich nur so hässlich an. Was für ne wunderschöne Treppe. Halt echt nicht ne? Nö aber ist ja egal. Tschüss. So da ist Sinfa. Äh hast du noch äh Kohle dabei vielleicht? Da sind zwei Skelette. Warte. Ah ne ich hab noch Kohle. Nice man. Gut. Dann komm jetzt noch ein Skelett. Alles klar. Aber wir müssten Fackeln machen ne? Ich hab Fackeln. Ich lass mir ein paar abgeben ich hab nur 15. Ne. Ok schade. Evil Serious ist einfach kurz abgeneint. Ja warte wo bist denn du? Ja hi hier. Ja hi Hitler. Was? Was? Hast du Holz? Ne. Doch ich hab Sticks. Alles cool. Danke man. Wollen wir zusammen irgendwie rum gehen oder? Mach keinen Sinn. Schiss. Ich hab mir ein Eis ne Pferderüstung gefunden. Lara Ansage. Pferderüstung hab ich Bitches. Das ist ziemlich nice. Ich weiß. Wenn du noch nen Sattel findest bist du ein Boss. Hey halt doch dein Maul. LoL. Das steht einfach ein Creepa in diesem Wasserfall. Was für ein Knecht. LoL. Ohoh. Die steht so im Wasser einfach. Und zischt einfach plötzlich. Seht einfach. Ich seh den nicht mal. Weil er versteckt sich da einfach so in den Pool. Nice run. Geht es bei dir noch krass weiter, bei mir nicht? Ja, bei mir geht es übel weiter ehrlich gesagt, aber ich bin gerade in der Bibliothek, aber jetzt nichts wirklich geiles, ne? Bibliothek hast du eigentlich vergessen, oder? Oder sind da Kisten? Ja, da sind aber nur Papier drin. Ist geil. Ich habe eine Kiste gefunden. Mit Papier? Ich habe eine Enderperle. Nice. Hey Leute, da läuft ein Zombie hinter mir die Treppen nach oben, obwohl ich eigentlich unten bin gerade. Natürlich, der lebt hier wahrscheinlich immer noch. Ich habe die Bibliothek gefunden, macht aber echt keinen Sinn. Äh, zwei Bibliotheken? Okay. Ja, es gibt mehrere Bibliotheken. Ich baue hier ein paar Bücher ab. Für? Einfach so. Ich wollte gerade sagen, was soll das? Hä? 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 Eigentlich mega nice so eine Bibliothek zu finden, da kannst du dir selber fast eine bauen danach, weißt du? Ich rushe hier gerade einmal so durch. Hey, gehst du bitte noch weiter? Ich habe deine Truhe gehört, hörst du das? Jaja, ich weiß nicht, wo du bist. Ach, du bist ja. Jeder hat jetzt über 3, 6 Pfeiler, das ist gut. Jeder hat über 3, 6 Pfeiler. Das ist ziemlich nice. Ja, hier muss es noch irgendwo weitergehen, da wo ich am Anfang ging. Geh mal links weiter, da geht es noch weiter. Ja, hier ist noch mehr Bibliothek. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Ja. Ah, das ist halt hier, wo du drin warst, glaube ich, ja. Ah, wow. Nice. Okay, das ist gerade nicht so cool, wir müssen auch den Spawner finden. Ja, ich habe gewartet, bis du aufgemacht hast. Alles klar. Yo! Also ich glaube, also jetzt hier links geht es nicht mehr weiter, aber ich glaube da vorne ging es noch weiter. Hier unten, glaube ich, oder? Ja, hier geht es noch weiter. Oh mein Gott, Creeper. Nice. Geradeaus geht es auch weiter. Oh, Creeper. Oh. Alter, ganz viele Creeper, was soll das? Eine Truhe. Aber keine Interpelle, leider. Ich höre diese hässlichen Ratten. Echt? Ja. Hoffentlich bei mir. Alter, wie riesig ist das hier? Alter! Alter, Junge. Moin, Max. Wo bist denn du? Hinter dem. Was ist das hier überhaupt? Hier ist eine Kiste. Keine in der Pen. Hä, was ist denn das hier überhaupt? Ist das auch so eine Bibliothek, oder was? Aber hier geht es noch runter. Hier, guck mal hier drüben. Oh, Alter. Ja, oben ist Gold noch. Da rechts oben. Aber ich glaube, hier unten ist endlich mal unser, was wir suchen. Hier ist Bibliothek. Nein. Hä? Ähm, wenn ihr zurückkommt, ich habe euch eure Pfeile in eine Kiste oben im Haus gelegt, ne? Nice, man. Alter, wie riesig ist das hier, man? Noch mal anderthalb Stacks für jeden oben drauf. Shish. Neh mal, Ulrich. Hüsch, Dicker. Ah, hier waren wir schon. Also, ich habe gerade noch ein komplett neues Areal gefunden. Wo bist denn du? Ich bin da runtergelaufen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe euch jetzt echt nicht zugehört. Habt ihr schon Perlen gefunden, oder so? Ja, eine Perle. Und wie viele waren im Portal? Wir haben das Portal noch nicht gefunden. Das Ding ist so riesig hier unten. Achso, okay. Alter. Ja, ist natürlich kacke, wenn ich jetzt einer meine ohne Looting schwer töte. Falls ich welche finde. Ja, aber besser als gar keine zu töten. Also, wow, Max. Ah. Ja, das ist klar. Hier ist einiges los, ne? Jungs, es ist das gleiche Spiel wie sonst auch. Es spawnt einfach nichts. Lame. Hallo. Ja, hallo, Chris. Was? Waskeletti hier und da. Oh mein Gott. Alter, wie viele aber auch. Ja, und hier sind auch noch. Alter. Sind wir Fische, oder man? Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Ich helfe dir, ich helfe dir. Alter. Ich helfe dir nicht. Ich helfe dir nicht. Ich helfe dir nicht. Alter, das. Noch ein Skelett. Ist hier ein Spawner, oder so? Naja, hier ist es einfach nur Huren. Aber übrigens ist ja auch ein Ding ins, weißt du? Habt ihr eigentlich für den Lohn fallen einen Trank mit? Ja, klar. Wir haben drei Stück dabei. Wir haben ja fast die ganze Geste. Hier geht es auch noch weiter, Max. Wo denn? Da oben? Bin hier irgendwo hingehüpft, ja. Alter, das ist ja mal liebe groß hier, ne? Vor allem hässlich ist es. Alter, what? Ja, wie sollen wir denn hier die Festung, das Ding finden, wenn das hier so aussieht, Alter? Ja, das finden wir schon. Aber da überall, wo es hell ist, dann wisst ihr, da waren wir schon. Ja, aber guck mal, wo ich jetzt bin. Was ist das denn? Weißt du, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, hast recht. Weißt du, es gibt hier einfach nicht so ein Ding. Ende. Ja. Okay. Oh, hier geht es. Alter, what the fuck? Ich sag. Ich sag, ja, das ist übel. Und hässlich. Okay. Hier. Was hier? Wie geht es weiter? Jungs, nüchterne Nacht. Ich finde hier nichts. Wir finden hier auch gerade irgendwie nichts. Richtig Leim. Kacke, ey. Vor allem, weil die Festung ist so richtig hässlich einfach. Vor allem so richtig groß und langgezogen. Und echt nicht hübsch. Alles klar. Hätten sie echt mal cooler frisieren können, man. Äh, ich brauche mehr Fackeln. Fällt mir grad mal so auf. Mich auch, ey. Ey. Wacken braucht ihr cooler und ein Stick. Ich lade dich gern ein. Du musst von einem anderen Stern sein. So ein Geheuer Monster sexy. Ich hab dich zum Fressen gern. So stark wie das hier. Stark wie das hier klingt. Alles klar macht. So scharf wie das hier klingt. Es muss explodieren. Bring. Fahr deine Krallen-Notes grad zu mir in den Rücken auf. Zeig mir doch mal deine Pia-Stings. Ich füll ihr Shampoos Glas nochmal nach. Sie guckt mich an und sagt, du bist der größte Spaß, den ich in dieser Welt generell gesehen hab. Ja, deine Vene ist geil. Kann wahrscheinlich Texte kurz machen. Ne Max, es war schon gut. Also von mir aus Recall. Schon wieder. Wieder. Ey. Ja, darüber wirst du es aber auch nie hinaus schaffen. Okay, perfekt. Okay. Alter. Langsam nervt es sogar echt ein bisschen. Richtig. So diese Enderman jetzt. Aber ganz ehrlich, wir haben, hallo. Wir haben jetzt die Festung immerhin mal gefunden. Das ist ja schon mal. Ja, aber wir haben noch nicht das Ding gefunden. Das werdet ihr aber noch finden. Und wir haben es generell schon so weit gebracht jetzt. Also wir sind echt kurz vor Ziel sozusagen. Wie sieht es mit der Folge aus eigentlich? Längst vorbei, habe ich gehört. Ciao, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.